Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute mal etwas neues Format an dieser Stelle. Wir werden heute gemeinsam in den Meme-Coin-Space eintauchen. Wir werden natürlich schauen von Blockchain zu Blockchain, wo eigentlich die Potenziale aufzufinden sind, die wir natürlich auch brauchen und wollen. Wir werden darüber hinaus einen sehr, sehr tiefen Blick in den Meme-Coin-Space werfen, wo auch meine Erfahrung und meine Einschätzung hinübergehen soll und natürlich auch einmalig, auch hier in der Kryptosphäre, meine Watchlist. Welche Projekte habe ich aktuell im Blick, im Fokus, wo warte ich auf den besten Einstieg und wo sind natürlich die Coins, die ich beobachte und die auch meine Smart-Munnys beobachten. Aber erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Deine Gedanken gehören in die Kommentare. Lass uns da in einen Austausch hinübergehen und falls du noch nicht abonniert hast, gerne tun, gerne machen, supported wie immer. Aber wisst ihr was? Wir starten direkt mit tatsächlich WAN. Da ist aktuell der Spotlight drauf, wenn ich auf Meme-Coins schaue. Denn mittlerweile ist WAN eines der heißesten Projekte überhaupt geworden als Meme-Projekt und jeder, der in den letzten sechs Monaten Jupiter-Exchange genutzt haben sollte, egal wie viel, also mehr als fünf Dollar, bekommt nämlich insgesamt for free als Airdrop 643.000 Stück, welches jetzt eine Äquivalenz zu einem Solana hat, was richtig gut ist. Claimt eure Coins heute noch, denn ab 16, 18 Uhr ist der Claiming-Prozess damit beendet und der restliche Bestand wird heute oder morgen geburnet. Insgesamt wurden gerade mal 57% der insgesamten Bestände von WAN geclaimt und man kann davon ausgehen, dass insgesamt 42,6% gerade noch ungeclaimt sind und dieser Bestand wird nämlich, ich glaube, heute oder morgen geburnet werden. Das sind insgesamt 42%. Ja, ich meine, wenn das passiert, dann wissen wir ja, was mit dem Preis passieren wird. Dann wissen wir das ja. Deswegen habe ich gerade auch ein bisschen an Positionen an meiner WAN auch verkauft und spekuliere darauf, dass wenn dieser Burning-Prozess durch ist, dass ich dann auch verkaufe. Weil dann kann ich davon ausgehen, dass der ganze Markt das Ding auch dampen wird und deswegen solltet ihr eure WAN-Token definitiv auch claimen und schauen, inwiefern ihr da wie viel bekommt. Ich meine, ein Solana for free ist halt schon eine geile Sache. In der Welt der Meme-Coins haben wir eine schier unendliche Möglichkeit an Geldverbrennung oder auch Geldgewinnung. Deswegen ist es immer wichtig, auf welche Blockchains wir aktuell setzen. Bevor ich zu meiner Watchlist komme, möchte ich gerne so ein paar Blockchains vorstellen, wo ich aktuell den Fokus habe. Lass uns mal auf Solana zu sprechen kommen. Also ihr seht es, da ist sehr, sehr viel Dump-Money drin. Da ist sehr, sehr viel Smart-Money drin. Meiner Meinung nach ist aber sehr, sehr viel Dump-Money, also mehr Dump-Money als Smart-Money in der Solana-Blockchain. Ich habe das Gefühl, dass in der Solana-Blockchain tagtäglich, im Sekundentakt irgendwelche Hypes generiert werden. Also man kommt da nicht mehr hin, denn wenn man in ein Projekt investiert, welches aktuell so mega am Hypen ist, habe ich das Gefühl, dass in den nächsten zwei, drei Stunden dieser Hype komplett weg ist und auch dieser Hype sich in andere Coins und Projekte verlagert hat. Und das zeigt für mich, dass sehr, sehr viel Dump-Money in diesem Markt drin ist, was letztlich zum Nachteil meiner Handlung das Ganze so unvorhersehbarer gemacht wird. Deswegen ist es dann auch für mich ein bisschen schwierig, da auch nachvollziehen zu können, wo eigentlich Profite generiert werden können oder auch wo nicht. Für mich ist es, ich bevorzuge eher Blockchains, die eine gegen die ringere Taktung haben, wo einfach wenig Bewegung insgesamt durchgeführt wird, wo wir aber trotzdem unsere Handlungen so langsam auch immer wieder gut Revue passieren lassen können. Bei den kleinsten, geringsten Veränderungen, wo wir einfach dann auch viel schneller reagieren können, weil es einfach wenig Taktung in dieser Blockchain noch vorherrscht, ist bei Solana das Ganze super schwierig. Also das Gefühl, dass die ganzen Leute irgendwann mal auf Table übergehen, nur mal als Beispiel, und dann von heute auf morgen auf andere Coins wie OTC übergehen. So, und da habe ich jetzt kein Muster erkannt, woran man das auch festmachen kann. Deswegen sehr, sehr viel Dump Money, aufpassen, aufpassen, bevor wir hier auch reingehen. Ich bevorzuge nach wie vor immer noch Ethereum. Meiner Meinung nach hat Ethereum mehr Smart Money als Dump Money. Und deswegen ist es für mich immer viel, viel besser, da auch unterwegs zu sein. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die ganzen Smart Moneys auf Ethereum geblieben sind. Der ganze Dump Money Aspekt rüber zu Solana gegangen ist. Deswegen hat man hier auf jeden Fall wenig Bewegung. Dafür aber auch präzisere Entscheidungen kann man auf Grundlage dessen auch treffen. Und das bevorzuge ich tatsächlich nach wie vor mehr. Und wenn ich auf die einzelnen Blockchains übergehe, dann habe ich im Durchschnitt mehr Gewinne über Ethereum generiert als über Solana. Ja, insgesamt tatsächlich kumuliert. Ich musste gerade überlegen. Aber okay, lass uns mal auf die Base Blockchain übergehen. Wir müssen uns halt immer spezialisieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn wir haben auf jeder Blockchain immer wieder ein Projekt, der so richtig trendet. Und immer wieder ein Meme-Projekt, wo die ganze Aufmerksamkeit auf dieses Projekt hinübergeht. Bei mir ist es die Base Blockchain. Ich male mir eine hervorragende Zukunft auf die Base Blockchain aus, wenn der Coin endlich mal rauskommt. Und wenn der Airdrop auch raus ist. Denn wenn das passiert, wird die Aufmerksamkeit auf Base Blockchain gerichtet werden. Und tatsächlich damit sogar die Aufmerksamkeit auf, meiner Meinung nach, zwei Projekte. Und zwar einmal Toshi und einmal Moshi. Das sind meiner Meinung nach die Projekte, wo die Masse, hingehen könnte, wenn auch mehr Aufmerksamkeit auf Base Blockchain gelegt wird. Aktuell ist sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit auf Base gerichtet. Wenige Leute interagieren in der Base Blockchain. Das ist natürlich unser Ort und unser Zustand, wo wir dann auch die Profits generieren können. Bei mir ist es Toshi und auch Moshi. Das ist so eher die kleine Schwester. Wir haben gestern gesehen, dass Toshi tatsächlich Moshi auch ein All-Time-High gebildet hat. Gestern eine wunderbare Leistung. Das Ganze auch bei Toshi ist gerade auch in Arbeit und in Mache. Und da sind tatsächlich meine beiden höchsten Positionen drin, wenn ich auf die Base Blockchain soweit auch blicke. Wenn wir auf meine Watchlist mal zu sprechen kommen, gibt es natürlich auch viele, viele Projekte, die ich beobachte. Wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass bei meinen Projekten, die ich aktuell im Tacho habe, einige Positionen habe ich bereits liquidiert, einige Positionen habe ich raus, einige Positionen beobachte ich einfach nur noch, mehr nicht. Bei Satoshi VM ist es tatsächlich so, ich habe meine Akkumulation erst mal eingestellt. Ich Dollar-Cost-Average-E Satoshi VM noch nicht. Ich bin da bereits fertig. Und auch die aktuellen Anlässe haben mich dazu auch gebracht zu sagen, da stoppen wir erst mal unseren DCA, damit wir einfach mal aus der Seitenlinie das Ganze betrachten und so wenig Risiko wie möglich auch in dieses Projekt auch hinüber geht. Bei Kokino, tatsächlich bin ich damit schon durch. Ich habe das schon liquidiert, habe hier richtig gute Profits mitgenommen. Ich glaube, das Ding hatten wir gecallt, als der ganze Hype um Kokino Avalanche so weit losgegangen ist, haben auch unsere Community da auch richtig gute Profits auch generieren können. Bei Rocky habe ich mal irgendwann mal beobachtet, weil ein Smart Money da auch investiert ist. Bei Vector habe ich tatsächlich die Position für mich, also viele wissen ja, ich mag das Projekt The Real Smurf Cat. Ja, mag ich. Wird definitiv im nächsten Poolrun auch so weit kommen. Da bin ich mir sicher, weil ich habe einfach gesehen, was das Ding einen in TikTok angerichtet hat. Das war ja unnormal, einfach nur am Trenden. Trotzdem habe ich meine Position an Real Smurf Cat kurzfristig liquidiert, bin auch in Vector eingestiegen, das Ganze auch bei 28 Dollar. Und mittlerweile sieht das sehr, sehr gut aus. Ich werde dann die Position von Vector wieder liquidieren und das Ganze in Real Smurf Cat wieder überbringen, damit wir einfach eine Balance haben. Und es ist auch wichtig, dass wir bei vielen Projekten nicht nur neues Geld reinschießen, sondern dass wir auch vielleicht bekannte Positionen erstmal liquidieren, weil vielleicht der Außenbruch erstmal in ein paar Monaten stattfinden wird. Deswegen ist es da auch ohne Bedenken, kann man bestehende Positionen auch anderweitig auch umswappen. Bei Ondo Finance erwarte ich tatsächlich noch auf 20 Cent. Das ist mein Entry, mein Punkt, wo ich sage, ja, gehe ich zu diesem Preis unbedingt rein, aber alles darüber hinaus mache ich da auf jeden Fall nicht mit. Deswegen müssen wir uns auch hier für uns auch die Entries finden, damit wir auch gute Deals auch machen. Also ich meine, FOMO ist halt super schlecht, da verlierst du eigentlich zu 99 Prozent, verlierst du deine Kohle. Anders kann man es nicht sagen. Avalanche ist nach wie vor auch so ein Ding. Kimbo beobachte ich nach wie vor. Bei WEN, wie gesagt, claimt eure Token, ist fast ein Solana-Wert, mitgenommen auf jeden Fall. Bei Restake Finance, eines der stärksten Narrative auch im nächsten Bullrun, baue ich aktuell meine Position aus und habe auch eine gute Position drin, bin aber nach wie vor auch bereit, auch weitere Positionen günstig auch zurückzukaufen, je nachdem, ob der Preis halt auch gut ist oder nicht. Und deswegen ist auch wichtig, überall da, wo ihr Gewinne macht, dass man auf Stablecoins übergeht. Bei Vektor ist es so tatsächlich, gute Gewinne realisiert und auch in Stablecoins übergegangen, damit wir auch in Zeiten negativer Marktschlimmungen auch gut und günstig auch einkaufen können. Und ich meine, das ist es ja, was die Smart-Moneys und Dump-Moneys voneinander unterscheidet. Irgendwie. Gut. Ansonsten Moshi Toshi, eines meiner Lieblingsprojekte und eines der Projekte, wo ich eine sehr, sehr hohe Performance zusprechen kann, sofern Coinbase auch ihre Coins auch rausbringt. Long aktuell Beobachtung, Gekuino aktuell Beobachtung, auf Polygon Ele, Elefant, da habe ich tatsächlich gesehen, dass eine Smart-Moneys da investiert hat, habe da mitgezogen, hat aber wiederum seine Position verkauft. Deswegen bin ich da auch raus. Ja, RealSmithCat, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich mag das Projekt, habe es kurzfristig liquidiert, um auch Vektor zu kaufen. Bei Hemule war das so, super viele Leute haben mich angeschrieben und meinen, ey, da musst du unbedingt rein, da musst du unbedingt investieren. Letztlich weiß ich auch, wenn mich Leute anschreiben und sagen, ey, das musst du unbedingt wissen, dann ist es, sorry Leute, aber dann ist es meistens zu spät. Und auch bei Hemule war, oder habe ich, als super viele Leute mich angeschrieben haben, war das hier der Bereich. Da, wo dieses Echo am lautesten und am größten war, wo man eher in FOMO auch hinübergehen kann, dann folgt natürlich auch dieser massive Abverkauf. Das wäre, jetzt wäre tatsächlich für mich der Entry, wo ich sage, das wäre durchaus machbar, durchaus realisierbar. Trotzdem würde ich hier schauen, ob man nicht irgendwie dann doch hier eintritt, um vielleicht die Profits auf zu generieren, weil hätte ich da oben investiert, mich von FOMO leiten lassen, dann hätte ich verloren. Ganz einfach, ich hätte verloren, das wäre der schlechteste Deal ever gewesen und ich wäre dann von dem, ich würde mal sagen, hier oben, ja, wurden mir die ganzen E-Mails geschickt, wären das 71% einfach weg. Deswegen habe ich es irgendwann mal auf die Beobachtungsliste gesetzt und wichtig ist auch immer wieder, ich betone es, ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht uns von FOMO leiten lassen und dass, wenn ihr irgendwo, und das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr irgendwo der Meinung seid, wow, da könnte was Interessantes dabei sein, ist es meistens zu spät, weil wenn euch die Coins zugetragen werden, dann seid ihr immer die Letzten in der Kette, in der Pyramide, dann seid ihr die Letzten und dann sind die Leute, die zum Schluss investieren, immer die Exit Liquidity. Es ist so verdammt wichtig, dass man in Phasen, in Phasen investiert, wo keiner an dieses Projekt glaubt und natürlich, ihr seht es auch viel, viel Solana, ja, bei Solana da wirklich, ihr müsst gefasst sein, es ist dieser Markt, hat so eine schnelle Umschlagskraft, ja, wenn wir irgendwo investieren, dann hab ich das Gefühl, dass man jede Sekunde auf seine Assets schauen muss, damit man auf sein Geld schützen kann, ich bevorzuge es nach wie vor, immer noch auf Chains wie Ethereum zu gehen, in Projekte zu investieren und dann drauf zu warten, dass das Ganze dann zu so Moon geht, sonst macht man sich halt verrückt und ich bin jetzt auch kein Mensch, der jede Sekunde auf seine Assets schauen muss, ich will es halt auch gar nicht, deswegen ist mir Solana halt viel, viel zu schnell, ich finde es gut, dass sehr viele Leute gute, gute Profits machen können, ich meine, ey, wenn du das richtige Projekt hast, dann hast du halt ausgesorgt, für mich ist es trotzdem wie Top schlagen im Minenfeld, ich werde mich mit Solana ein bisschen mehr befassen, wenn dieser ganze, wenn viele Leute Geld verloren haben, und wo allgemein diese Stimmung auftaucht, wo die Leute nicht mehr dran glauben, dann komme ich da wieder rein und das ist nämlich dann der Punkt, wo wir richtig gute Profits machen und insgesamt kann man ja auch sagen, es gibt halt immer zwei Phasen, das habe ich für mich tatsächlich so ein bisschen, für mich so ein bisschen verstanden, es gibt zwei Phasen, es gibt einmal die Phase, wo die Blockchain an sich unbekannt ist, da kann man ohne Probleme, ohne Bedenken auch in Meme-Coins investieren, die eine hohe Marktkapitalisierung haben, aber wenn dann so Chains wie Solana halt echt viel mit Dump Money überflutet werden, wo wir dann selber das Ganze unvorhergesehbarer gemacht wird, wo es halt viel, viel schwerer ist, dann irgendwelche Hypes zu erkennen, dann lohnt es sich meistens echt nicht in neue Projekte zu investieren, da lohnt es sich meistens auch in Projekte zu investieren, die schon an High hatten, die dann um 90% gefallen sind, weil diese Projekte trenden dann später mal wieder, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie wieder trenden werden, als bei neu erschaffenen Projekten, weil umso mehr neue Projekte geschaffen werden, umso höher ist das Risiko des Rugpools. Ist aber wenig, wenn die Blockchain noch unbekannt ist. Da kann man ohne Probleme investieren, also das habe ich für mich so ein bisschen interpretiert. Beim nächsten Mal gehe ich ein bisschen näher und tiefer auch an diese Materie mit ein, aber ich wünsche euch allen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Macht's gut, bis dahin und bis morgen. Ciao, ciao.